Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Europäischer Gaspreis erreicht höchsten Stand seit über drei Monaten. Beispielhafter Anstieg, Gaspreise erreichen neuen Höchststand seit Jahresbeginn. Ein unerwarteter Anstieg der Gaspreise hat Verbraucher und Industrie gleichermaßen aufhorchen lassen. Erstmals seit Beginn des Jahres erreichen die Gaspreise ein Rekordhoch. Mehrere Faktoren haben zu dieser signifikanten Steigerung beigetragen. Da Erdgas ein wesentlicher Bestandteil der Energieversorgung ist, haben diese Preissteigerungen beträchtliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Haushalte. Eine genauere Untersuchung der Gründe für diesen beispielhaften Anstieg ist daher von entscheidender Bedeutung. Was sind die Ursachen? Experten zufolge liegt einer der Hauptgründe für den starken Anstieg der Gaspreise in der erhöhten Nachfrage aufgrund der gegenwärtigen Wirtschaftsaufschwungsphase. Zudem haben geopolitische Faktoren wie Unsicherheiten in Produzentenländern und Transportprobleme eine wichtige Rolle gespielt. Weiterhin kann auch die steigende Abhängigkeit von Importen zur Preissteigerung beigetragen haben. Quelle, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Die Auswirkungen des Preisanstiegs. Der Anstieg der Gaspreise hat große Auswirkungen auf die Verbraucher und die Industrie. Die höheren Energiekosten bewirken, dass einige Haushalte gezwungen sind, ihren Energieverbrauch zu reduzieren oder auf alternative Energiequellen umzusteigen. Dies kann insbesondere für einkommensschwächere Haushalte eine erhebliche Belastung darstellen. In der Industrie können die höheren Energiekosten zu steigenden Produktionskosten führen, was sich wiederum auf die Preise für Endverbraucher auswirken kann. Quelle Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Ausblick. Ob und wann sich die Gaspreise wieder stabilisieren werden, ist derzeit noch ungewiss. Experten raten Verbrauchern und Unternehmen jedoch, ihre Energieeffizienz zu steigern und nach Alternativen zu suchen, um die steigenden Kosten zu kompensieren. Gleichzeitig fordern sie von der Politik Maßnahmen zur Stabilisierung der Gaspreise und zur Förderung alternativer, nachhaltiger Energiequellen. Quelle Deutsche Energieagentur. Autonita Farke, Mittwoch, 17. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.